Dankeschön. Den Abschluss macht Herr Michael Strahl. Er ist Diplomkaufmann und wurde 1942 in Wien geboren und ist aufgewachsen in Krämpis an der Dunau. Er studierte in Wien Betriebswirtschaft und Orgel, ist verheiratet, hat zwei Söhne und vier Enkelkinder. Er lebt seit 1972 in Maria Enzersdorf, ist Mitglied des österreichischen Pentluts, des österreichischen Schriftstellerverbands sowie anderer Literaturvereinigungen. Er schreibt Musikermobellen, Kriminalromane, teils heitere, teils skurrile Essays und Weihnachtsgeschichten. Und plötzlich ist sein erster Roman erschienen. Bitte schön. Also mal, guten Abend und vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einbegleitung zu der heutigen Lesung. Das Thema dieses Abends hat mich sofort daran erinnert, dass ich vor einigen Jahren einen Einakter geschrieben habe. Und zwar für meinen Neffen, der ein Schauspieler ist. In der Hoffnung, dass er vielleicht einmal diesen Einachter, nämlich ein Ein-Personen-Stück, irgendwo einmal zur Aufführung bringt. Dieses Stück heißt Der andere Sohn und behandelt die bekannte Thematik des verlorenen Sohns aus dem Evangelium, wo der schwer zu verdauernde Satz drinnen ist, dass im Himmelreich über einen reuen Sünder mehr Freude sein wird, als über 99 gerechtet. Das muss jemand, der sich für einen gerechten hält, ziemlich heftig sein. Und dieser Einakter handelt eben von dem Bruder des verlorenen Sohns, dem Älteren. Bei mir heißt er Migos, der andere ist der Kecham. Und diese Geschichte des anderen Sohns ist dreigeteilt. Am Anfang ist es der Zorn, weil der Kecham, der in die Welt gezogen ist, der war nicht sehr freistig, der war noch immer beliebter am Hof. Dem haben die Leute lieber gehabt als den Migos, aus welchem Grund immer. Der zweite Teil ist dann Besinnung. Er überlegt dann, was er so, ob da nicht doch etwas dran ist, was man ihm so sagt. Und der dritte Teil ist dann die Erkenntnis, wo er mit seinem Vater spricht und er ihn darauf aufmerksam macht, dass du bist fleißig, gut und alles, aber du kennst die Barmherzigkeit nicht. Und das ist dann der Schluss dieser Stücke. Ich möchte Ihnen heute, weil das sonst zu lang wäre, den Zornteil vorlesen. Zu Beginn ist niemand auf der Bühne. Man hört gedämpftes Durcheinander. Es heilt von einer Stelle des Hauses her vereinzeltes Lachen. Es ist ein Fest im Gange. Und allmählich wird aus dem Stimmengewirr eine Männerstimme deutlich hörbar. Es nähert sich jemand dem Raum und man wird immer klarer. Man versteht, so geht das nicht. Oder kommt ja nicht in Frage. Nicht mit mir. Und nun tritt Migos ein. Ohne mich, ruft er. Lasst euch nicht aufhalten in eurer Freude. Er wirft die Tür zu. Ziemlich laut. Eigentlich wollte er den Türgriff noch abfangen. Hat ihn aber nicht mehr erreicht. Kracht die Tür. Er beobachtet die Tür und wartet, ob seine Mutter ihm nachkommt. Er hat nämlich abgelehnt, beim Festmahl teilzunehmen. Wenn Mutter jetzt hereinkommt und mich wieder ansäuert, dann gibt es wirklich einen Wirbel. Mir reicht es nämlich. Was zu viel ist, ist zu viel. Wer bin ich denn hier, dass man glaubt, über mich drüberfahren zu können? Da sich einige Zeit lang nichts tut. Also Mutter kommt doch nicht. Gut so. Ihr Glück denn bei aller Zuleigung? Das lasse ich mir nicht gefallen. Kann ich auch gar nicht. Wie stehe ich denn da vor den Knechten und den Mägden? Die lachen sich hinter meinem Rücken krank, wenn ich gute Wiener zum wahrhaft bösen Spielen machen muss. An einer festlich gedeckten Tafel sitzen und zuschauen, wie Vater und Kecher einander ständig umarmen und Mutter sich von Autoträdern nicht fassen kann. Kaum ist dieser Taugenichts wieder im Haus. Schon werde ich, Migros, einfach vergessen, dem man diese Neuigkeit und weiß, Gott, eine Neuigkeit. Wer hätte das gedacht, dass er wiederkommt? Vielleicht persönlich mitteilt, auch wenn ich nicht im Haus bin, sondern am Weinberg, weil ich ja arbeiten muss. So ist das nämlich. Man hätte zuerst zu mir schicken müssen. Ich bin schließlich heute schon der Herr im Haus und auch der Ältere. Für Vater war es zu mühsam, das sehe ich ein, seine Beine tun nicht mehr so mit. Er hat aber den kurzen Atem, aber Mutter hätte ruhig kommen können. Die ist doch ganz gut zu Fuß, aber auf die Idee, einen Knecht zu schicken, auf die Idee ist weder er noch sie gekommen. Aber das muss man verstehen. Na, ist doch klar, ist es doch viel wichtiger, durchs Haus zu laufen und für den verlotterten Herrn Sohn gleich die besten Kleiner zu holen? Weil der war ja in verdreckten Fetzen, hat man mir auch erzählt. Die Knechte haben mir das gesagt. Und mit welch freudiger Stimme sie das berichtet haben. Aber ich weiß ja ganz genau, warum. Nicht nur, wenn er wieder da ist, der Herr Bruder, sondern weil sie sich freuen, dass jetzt wieder der alte Schlendrier einreißen wird. Aber daraus wird nichts, mein Herr Bruder. Wenn du glaubst, wieder das Bier übernehmen zu können, wie damals vor deinem ömlichen Abgang. Hehehe, nichts da. Ich, Migos, dein älterer Bruder, hab ihr das sagen. Nicht mehr, Vater. Und du, Bruder, von mir aus, hau dir heute den Bauch voll, von mir aus schmeiß dich in die neuen Gewänder, behalte vor allem auch den wertvollen Ring, ach, was soll denn das, den dir der seelensgute Vater zugesteckt hat, aber dann ab und auf, nimmerwiedersehen. Ist das klar? Du bleibst mir nicht im Haus. Du hast deinen Teil bereits gehabt, hast ihn uns ja herausgerissen. Ich habe ja damals vorgeschlagen, du solltest dich vorab einmal mit der Hälfte begnügen, damit ich, Vater und die Knechte, Zeit haben, den Rest zu erwirtschaften, ohne von hart und gut etwas abgeben zu müssen. Das wäre vernünftig gewesen. Und du hättest mehr als genug gehabt für deinen Weg in die Welt. Aber Vernunft, dafür warst du ja nie empfänglich. Du hast dich immer gerne über mich lustig gemacht. Alles, was Migos sagt, war ja in deinen Ohren immer ein Unsinn. Himmel noch einmal. Und ich, Depp, habe auch noch angeboten, gewissermaßen für dich und das viele Geld, das du verlangt hast, zu arbeiten. Jawohl, zu arbeiten. Falls sich der Herr Feindebruder vielleicht daran erinnert, was das ist. Deine Stärke war das ja wirklich nie. Ach, wie eindringlich habe ich Vater gewarnt, bei den Bruderkäckern nicht alles auf einmal in die Hand zu drücken. Weil er hat ja noch nie mit Geld umgehen können. Er konnte sich nicht einteilen, nicht alles auf einen Sitz ausgeben und vor allem nicht dauernd überhöhte Preise zahlen. Doch was hat Vater darauf erwidert? Wenn er es unbedingt will, hat er in seiner Hilflosigkeit gemeint, dann soll er es haben. Es gebührt ihm. Gebührt, dass ich nicht lache. Gebührt hätte ihm ein Trink in den Hinterkern, damit er endlich lernt, Hand anzulegen bei der täglichen Arbeit am Hof. Wie habe ich auch auf Mutter eingeredet damals. Ihr erklärt, was es für ein Wahnsinn ist, so viele Tiere zu verkaufen. Nur damit der Herr Sohn in die Welt ziehen und sein Glück machen kann. Oder das, was er für ein Glück hält. Statt dass sie Vater dazu gebracht hat, Kleckern klarzumachen, dass er uns alle schädigt. Statt dass sie gesagt hat, wie kommt denn dein braver Bruder Migos dazu, ab jetzt alles allein machen zu müssen. Hat sie nur gemeint, dass er halt genau wisse, was er wolle, dass er halt genug sei. Und außerdem hat sie mich, jawohl, mich, der ich versucht habe, dieser plötzlichen Laune meines Bruders, und das war ja nichts anderes, meine Vernunft entgegenzusetzen, sogar zurückgewiesen, weil sie meinte, dass mich das ja nichts anginge. Nur Vater und sie, jawohl, das hat sie damals gesagt, mich, Migros, hat man daher einfach übergangen und nicht einmal ins Vertrauen gezogen, dass er das Haus verlassen will. Weder Vater noch Mutter. Weil es mich halt nicht angegangen ist. Wenn ich da noch dran denke, kommt mir wieder die Blut hoch. Wir müssen dir etwas sagen, Migros, hat meine Mutter an dem Abend. Nach dem gemeinsamen Mahl plötzlich gesäuselt. Stell dir vor, dein Bruder Kechab wird uns verlassen. Vater hat damals, wie immer, wenn es heikel zuzugehen droht, nur vor sich hingeschaut. Und, habe ich gefragt, aber gleich geahnt, dass da was Schlimmes kommt. So wie mich Kechab schadenfroh angegrenzt hat. Da war mir klar, jetzt kommt Willa Will, eines seiner Teufelein. Ja, habe ich damals gefragt, will er uns verlassen? Gefällt es uns nicht mehr, bei uns? Gefällt es ihm hier nicht mehr? Weil er es so will, hat Vater gebrummt und Kechab einen liebevollen Blick zugeworfen. Er will einfach in die Welt hinaus. Und wir haben uns schon mit ihm geeinigt, sagte meine Mutter. Dabei hat sie Kechams Hand getätschelt. Wir haben uns geeinigt, dass wir ihm sein Erbteil auszahlen. Ach so. Will heißen, dass Kecham die beiden bereits eingekocht hat. Und damit wohlweislich vermieden hat, damit ich nicht eingezogen werden kann. Schon geeinigt, na wunderbar, da war mir klar, was kommt. Wie viel ist denn das, habe ich gefragt. Und hat dann nur das Ausmaß, über das Ausmaß eines geforderten Erbteins, nur den Kopf geschüttelt. Das war viel zu viel. Viel zu viel. Ich habe Vater damals ganz genau vorgerechnet. Er hat schließlich und endlich ja mir die Geldverwaltung anvertraut, dass es nicht zu viel ist und vor allem, dass wir damit unser aller Habe auf das Altenteil für Vater und Mutter empfindlich geschwächt werden. Und überhaupt. Der Kerl wollte alles in Gold und Münzen haben. Und zwar jetzt und sofort. Ob denn das wirklich notwendig ist und so weiter. Geholfen haben meine mahnenden Worte natürlich nichts. Denn Kecham hat die Eltern ja schon eingewickelt. Das hat er ja immer sehr gut, sehr gut verstanden. Ach, sie hatten schon an alles gedacht. Sehr ungewöhnlich, dass mein Bruder überhaupt einmal an etwas denkt. Meist denkt er ja nur an sie. Alles andere ist ihm wurscht. Er hat nämlich, sitzt die Mutter im Flüstertum fort, bereits mit dem Kaufmann Adalon gesprochen und mit dem alles abgemacht. Den kennst du ja. Na und ob ich den kenne? Einer der vielen Freunde von Kecham, ein Halbsabschneider, verschlagen und undurchsichtig, aber stets freundlich und griecherisch. Ach was. Mir wird gleich wieder schlecht, wenn ich dran denke. Da ist hinter meinem Rücken schon tatsächlich vereinbart worden, dass dieser verschlagene Kaufmann Vater den fehlenden Betrag für Kechams Erdteil vorstreckt. Und dafür die gesamte Wollernte bekommt. Ein Wahnsinn. Da habe ich die Beherrschung verloren und gebrüllt und geschrien. Und wir, Vater, Mutter und ich? Wie sollen wir unser Leben bezahlen, wenn die Ernte verpendet wird? Vater meinte, etwas von der kommenden Weinernte, die damals möglich großartig zu werden versprach. Ja, freilich. Falls nicht ein Unwetter alles ruiniert. Ich sage ja, die Weinernte hätte man besser verpenden sollen, damit der feine Herr Adalon auch ein Risiko hat und nicht nur wir. Beim Unwetter werden nämlich im Stall nur die Schafe geschützt. Die Weinernte natürlich nicht. Aber das wusste ja der Adalon ganz sicher. Er hat meinen Bruder und meinen Vater einfach über den Tisch gezogen. Natürlich war jetzt nichts mehr zu ändern. Kecham bekam alles Geld und noch Geschenke von Vater und Mutter und hat uns verlassen. Was das damals für ein Auflauf war. Die Knechte und Mägde sind ihm bis zum Zaun nachgelaufen, haben ihn noch einmal berührt und ein Geschrei war das nicht zum Aushalten. Alle haben geweint, auch Vater. Er werde sein Glück machen, hieß es. Er hat ja alle Anlagen dazu, zwitscherte Mutter. Er würde die Familienehre hochhalten. Und jetzt kommt dann der zweite Teil, die Besinnung, warum Kecham beliebter war bei den Knechten, bei den Mägden, bei den Taglöhnern. Weil er sich nicht um die Gerechtigkeit gekümmert hat. Die hat er dem Bruder überlassen, der gerecht sein wollte. Und dann kommt es zur Versöhnung mit dem Vater. Meine Damen und Herren, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit.